So, schnell gezaubertes Abendessen. Ich habe jetzt drei Online-Tanzkurse hinter mir. Heute Morgen noch einen anderen Job und habe jetzt noch 40 Minuten Zeit bis zum nächsten, bis zum letzten Online-Kurs. Aber ich muss ja auch mal was essen zwischendurch. Gestern habe ich noch Kartoffeln, Pellkartoffeln von gestern. Also gestern habe ich, ihr wisst schon, heute habe ich noch welche übergehabt. Jetzt ein paar Gurken, Möhrchen, Fenchel, Bärlauch. Mehr habe ich glaube ich nicht. Ich könnte noch eine Banane dazu nehmen und wenn ich wirklich will, dann vielleicht noch so ein bisschen Moringa-Zauber. Das habe ich geschenkt gekriegt. Leckerabendessen. Ich freue mich auf meinen Tanzkurs. In meinem Wohnwagen ist es ein bisschen eng. Es ist voll windig da draußen. Es wackelt ganz schön. Schauen wir mal, das ist jetzt hier der Wind. Macht's gut!